Man muss ja der untergeordneten Klasse... Jetzt sehe ich den Unterschied. Beim Farbblinden sind Zeichen noch mit drauf. Echt, ja? Ja, grün ist eine Tanne, blau ist Mond, gelb ist... Oh, das ist mies. Mal gucken, sind da auch noch Punkte drauf, wo du tasten kannst? Okay, der war nicht soig gewesen. Ey, ich habe jetzt nicht geguckt, es ist... Ah, okay, 0 und 7 sind... Jetzt kennen wir ja die kompletten Blätter. Stimmt. Aber es ist die Frage, wie lange behält man sich die? Ach, nicht lange. Was ist denn mit mich? Ist ja nicht schlimm, wenn ihr wenige gute Blätter habt, ist das jetzt sogar ein guter Trick. Ja, ich weiß, aber darauf hätte ich jetzt gar nicht geachtet. Wie, ob du ein gutes Blatt hast, oder wie? Ob, ob, äh, Mayo eine hätte denn. Wegen tauschen. Bei einer 7. Ach. Ach, 7 ist mit tauschen, ja? Gut. 7 und 0. 0, 0 geht in der Runde und bei 7 tauscht du mit einem einzigen. Da kannst du jetzt mit Dreieck kannst du stapeln. Jetzt steht alles so unten in der Ecke. Ja, hab ich gesehen. Was hat die Sonne gesagt? Ja, Sarko, bei dir brauchst du jetzt ja nicht, jetzt hättest du ja nicht mal Farbunterschiede gebraucht bei deinem Blatt. Nö. Nicht so gut. So, was war jetzt nochmal wo drauf? Eine Sonne war auf gelb, das hätt ich noch verstanden. Und eine Tanne auf grün. Korrekt. Dann hast du so ein Flammensymbol. Okay, Feuer, okay, verstehe ich. Und bei grün, äh, bei blau war? Und bei blau ist ein Halbmond drauf. Warum Halbmond? Wie soll es denn ein Himmel, eine Wolke wäre? Die sind voller, oder? Für Himmel? Oder Wasser, eine Welle. Aber ein Halbmond? Blau? Für Wasser. Na ja, Halbmond, Wasser? Hä? Keine Ahnung, wirklich nicht. Ja, wegen Gezeiten und so und Scheiß und so. Das Gute ist ja zum Beispiel, als Beispiel, wenn ich jetzt hier winne und Sarko hat die Hand voll, kriege ich die kompletten Punkte von Sarko mit. Das ist halt irgendwie schlecht. Bist du ja schon zweifarbig gefahren hier, Sarko? Ja, die ganze Zeit. Aber alle so ein wenig. Achso, bevor du, also wenn du deine zweitletzte Karte legst, musst du vorher Uno drücken. Also wenn du denn nur noch eine hättest. Das wird er schon merken, denn. Ich glaube, du lernst das schneller, als... Wenn alle... Tak, 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 tak. Ja. Wie Sarko mal schon sagte, ich hör dich schon drücken. Geil, der Blatt war. Das war Sarko sein Ziel gewesen. Und ihr habt Uno vergessen. Ich nicht, oder? Ich nicht, oder? Nee, um Sarko zu drücken. Achso. Sarko hat Uno vergessen. Ach, verdammt. Boah, die Freundstimme ist angenehmer. Verdammt. Jawollski. Was? Ah ja, plus vier. Leg die richtige Karte. Mach ich! Du kannst nur ruhig sagen, was ich legen soll. Richtig. Im Endeffekt ist es ja, wenn er so legen hat, dann hat er... Du kannst ruhig sagen, welch ich hier legen soll. Dafür spielen wir ja zusammen. Ja. Schlimmer wäre es, wenn du das ganze Deck vorsagen würdest. Du hast das, das, ne, die Kredite. Welche Karten hast du nochmal? Ähm... Boah, Eisgräte ausgesetzt. Boah. Ja, ist doch okay. Sagt doch, wenn ihr nicht mit mir spielen wollt. Jetzt, der kann mit deinem Farbblatt besser umgehen. Auf jeden Fall, weißt du ja jetzt, was das für eine Farbe ist. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Nein, das hab ich auch gesehen. Du, sie... Ey, sieht man jetzt hier in dem... Ähm... Nein, das war jetzt allgemein gemeint. Hast du jetzt in dem Kreis, sind denn da auch Bäume und so drauf? Ja, ja. Und auch bei dir. Also, ihr erkennt schon alles. Cool, cool. Ja. Also... Na, komm, darf man nochmal. Sehr nett von dir, sehr nett. War einem zu schwer für den Stuhl, dass er knarrt? Ne, war der Kontrolle auf dem Tisch. Ah, ich will die setzen. Boah, ich hab schon ne Klick die ganze Zeit. Man, jetzt sieht das schon wieder weiter, ey. Hier, bitteschön. Hättest du jetzt noch ne Pluskarte oder so gemacht, ey? Oh, ja, sehr gut. Leg mal. Los. Na, genau, klar. Blöd, blöd, blöd. Na, liegt doch ganz aus, Nustajal. Ja. Ey, hättest du jetzt blau genommen, ey, dann hätte ich... Ja. 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 Ich hab grad nicht hingeguckt, ihr habt. Komm, spieße, jawoll. Gucken, ob was bei rauskommt. Ach, nee. Boah, das ist nur verhessen. Scheiße, ey. Ich hab eh auf dich jetzt. Danke. Nee, das ist ja so... Nullkarte hat das auch geholfen, ey. Ja, das ist so. Na, wenn Sarko diesen Tausch anregt, dann muss er drücken. Wenn ich den Tausch anregt, mehr mit mir, komm mit mir. Ah, schade. Ich hätte so ne guten Karten gehabt. Was wird denn denn? Ich weiß nicht. Wir haben die ganzen 7 auf der Hand, weißt du? Immer hin und her. Leg mal den Pfeil da. Alter, jetzt wird die Runde auch schon wieder so weit. Nein! Ah, alter Knopf! Ich weiß, dass ich dafür jetzt noch eh noch... Ja, sehr gut. Sehr gut! Jawoll, perfekt! Okay, nein! Ahhhh, warum? Dann hast du Uno feiert und keiner macht was. Hast du uns so einen guten Vorteil weggenommen mit dem Doppel-Link. Ja, sorry. Ich war froh, dass ich die Karte wieder erwischt habe. Und wieder Uno feiert. Er war so froh, dass er die Karte wieder losgeworden ist. Da ist er aber auch schnell. Mit dir? Wie hab ich mit Dennis getauscht? Mit D und Mark und Drück. Ach so. Ah, hab schon gedrückt. Nur die neuen. Oh. Oh. Ja. Alter, ey. Jetzt hab ich die A-Karte anscheinend hier gekriegt. Komische Blatt. Du 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 du. Alter, ich wusste nicht. Ey, ey. Der hat niemals den Farbmodus entdecken. Nee. Ohohohoho. Jetzt bin ich der, der die Karten sammelt hier. Alter. Oh, Backe. Oh no. Ähm. Ähm. Ich will die richtige Farbe. Ähm. Er hat die falsche Farbe genommen. Ähm. Er wisst nicht. Ähm. Er hat ja selber nur blau gehabt. Hätte er grünen genommen. Hätte ich die sieben. Wahrscheinlichkeit die sieben zu legen. Wäre bei mir höher dann gewesen. Und mit dir tauschen. Ach, darüber geht's ja nicht geachtet. Ja. Ah. Naja. Puh. Ey, man ist so blöd. Keiner hier im Raum und man zeigt auf dem Fernseher, was man hätte machen sollen. Bidet verstehe ich nicht. Bidet auch nicht. Bidet auch nicht. Oh, schöne Müsse bleiben. Müsse bleiben. Müsse bleiben. Müsse bleiben. Ich verstehe das nicht. Na ja. Ich dacht ja damit er tieppels muss. Ich hab dich gerettet. Du hast KobIlhi gerettet. Super. Ich hab's doch gespielt. Und vier Karten verschenkt. Vier plus Karten. Oh, ist so gut, ey. Oh, ehrlich. Komm, du auch noch. Schade. Na immerhin. Das mache ich mal weiter. Mach mal, mach mal. Ah, jetzt zeig ich die falsche Klöppe direkt. Ah, Quatsch. Um die 5 oder Beta 5 gleich mal draus zu legen. Oh, das ist schlecht. Na, komm, mach die Grünen, mach die Grünen. Sehr schön. Und pass auf, boah, ich hab das schon gekriegt, ich hab das jetzt noch mal ab. Na schön, acht Karten. Oh, Mann. Mann. Und ich lach noch so schäbig, Alter. Na, Gott sei Dank. Taktisch geführt das Spiel hier. Klapp verjessen. Das hätte so schön sein können, oder? Wieso hätte ich auch eine Plus-2-Karte gehabt, die du jetzt mit mir enttäuscht hättest? Ja, aber ich habe eher an den anderen spekuliert, weshalb er die Plus-2 nicht hinlegt. Ein Sarko-Santi fällt mir gerade. Wir haben es dann jetzt erstmal gut ein hier. Naja, klar, das kann schneller gehen, als man denkt, dass es wie andersrum aussieht. Ich denke mal, hier sammelt man. Dann habt ihr auch schöne Karten, wo ich schön... Ach, der wird es nur aus, als ob wir wetten. Nee, nee. Ach, die brauchen nur irgendeine spezielle 7 schmeißen und fertig. Die sammeln sie bestimmt jetzt. Oder eine 0, hilft der auch. Hä, warum muss ich jetzt so viele Karten ziehen? Na, weil du keine Karte hast, die gewasst hat. Ja. Na, 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 na. Jawollski. Ja. Toll, jetzt macht der Plan ja überhaupt keinen Sinn mehr. Richtig gut. Wenn wir jetzt noch freiwillig mit euch tauschen. Richtig. Kommt dort die mal erstmal schön leer. Na, wechsel lieber die Farbe. Jetzt habe ich geschlafen. Ah. Warum? Du warst da eh dran. Ja, ich hatte. Im Endeffekt war er ja dran, da kann er nicht zwischenlegen. Ah. Ja, du bist verpflichtet zu spielen. Aha. Wer sammelt denn hier die ganzen 7? So, jetzt sind wir wieder gleich. Jetzt überlegt er scheiße, welcher Fall war er. Naja, ach du. Weil ihr gerade habt, ist mir ja. Diegt man ja. Alle Taktik, Mädels und Jungs. Naja. Naja. Da hat er kein Rot ey. Was ist denn da los? Was ist denn da los? So ein Cheat. Und dann kriegt man natürlich die Hand auch wieder voll. Mhm. Alter, der kriegt laufend dieselbe Farbe, die er schon hat. Mhm. Naja. Sweet. Drei. Achso, er hat ja lang gebraucht. Na, wollte er immer noch tauschen. Jetzt sieht die Taktik gerade anders herum. Ein wenig. Wir sammeln. Ah, jetzt soll ich tauschen mit dem von den Ebenen. Ne, ne, warum? Jetzt schon. Naja. Dafür haben sie noch zu viele Karten. Hast du die Hand mit den ganzen sieben, ja? Ja. Boah, ich gucke mir den vielleicht auch, äh, Mayo. Dann würde er nicht sagen, du sollst tauschen. Er könnte doch sagen, er würde tauschen. Recht denn nur, wenn er eine sieben hat. Vielleicht hab ich auch fünf sieben und er hat nur eine oder andersrum. Wann gehe ich das nicht? Hab doch ruhig mehr auf der Hand, wäre doch gut. Kann man direkt weiter tauschen. Jo, Farbvielfalt hier. Bist du. Gute Ehrenwart abgeben. Ah, jetzt war ich doof. Ah, Entschuldigung. Ne, warum jetzt nur? Ja. Komm, du hast kein Geld. Nein. Der eine hat Geld, der andere hat kein Geld. Der eine hat Blau, der andere hat nicht Blau. Es war doof gedacht, aber... Ach, oder auch nicht. Wird zwar schlecht aussehen, aber... Mach, mach, mach. Ach nee, wäre doch nicht schlecht aussehen. Wie ihr meint, ne? Ist schlecht, im Endeffekt pushen wir euch die Karten wieder hoch, das ist das Problem. Ach, der, der die meisten hat? So, und jetzt bitte nicht mich retten, weil ich krieg sie nicht ab, ja? Ey, ich pass auf, ich pass auf. Das ist ja so deine Stärke, mich zu retten, obwohl ich nicht in Gefahr bin. Den Aussetzer? Den roten? Okay. Ähm... Komm, wir probieren bitte. Ja, sehr gut. Nimm Gelb. Nimm Gelb. Oh. Und Uno. Richtig ehrlich. Nimm Gelb. 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 Ah, nein! Ah, ich hab doch noch mal Glück. Mach das blaue und mach mit mir. Ah ne, die hebt mal auf die blaue, ja? Ja, solange die seht. Ich mein, die blaue 7 oder was? Die seh ich nicht. Ich hab ja auch die 0. Stimmt! Ich hab schon mal kein 0 mehr gesehen. Ja. Schade. Jetzt bin ich mal entspannt. Und hat er... Oh, Glück gehabt. Ich hab halt auch Geld riskiert, glaub ich. Okay. Haaa. Das Problem ist, ich hab beide viel zu viele Karten, um die 0 zu machen. Ich hab nur Sorge, wir haben alle 0, glaub ich. Dann geht der halt ein paar mal rum und dann guckt mal, wo du landet. Ja. 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 Also ich muss sagen, ich kann nicht verstehen, dass eure Blätter mal so unterschiedlich sind. Und wenn, dann fehlt die richtige Nummer oder so, ey, das ist mies. Und die Häuser mal so. Da 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 da. Da 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 da. Hm. Oha, jetzt wollte er sie endlich mal zücken. Ihr habt ja keine Nullen, ihr Schweine. Jetzt hat Kobel jetzt weh. Na, willst du noch was du auf der Hand hattest? Das klub ich dir. Jetzt klub mal, dürfte ich aussetzen? Oh, nee, doch nicht. Ne, zwei. Spiel ruhig. Ja, du hast... Ja, blau. Guck mal, oder? Ja, mit mir tauscht Feis Uno. Oh, geil. War jetzt doch nicht mehr geil. Hättest du doch die sieben Sätze mit Dennis nur so hinterausten. So, Sarco. Der wiegen wir jetzt schon wieder zu oft hin und her hier nicht pressen. Ah, sag mal die Gelb. Ah, fuck. Könnte eh nix ändern können. Danke, Leute. Die Null kam gerade zur rechten Zeit. Im Endeffekt, zum Schluss war bloß noch Taktik mit, wer hat wie viele Nullen und sieben und wesentlich was. Ja, naja, das ist richtig. Und dann legt man welche Karte. Moin Schnapser, grüß dich. Uns geht's, glaube ich, mal ganz gut, oder, Leute? Ja. Wir sind hier am fröhlichen Rumtaktieren. Wer hätte gedacht, dass Uno so viel Kopf beinhaltet? Kann. Kann. Bei Kobille und Dennis nicht so, aber... Ey, mir und Sarco läuft die Chemie. Er will mich ab und zu retten von meinen eigenen Karten, aber das läuft. Was? Ja, 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 ja. Doch, machen wir die. Sicher? Ja, doch, ich bin mir doch sicher. Denk mal, ganz außen. Ja, super. Sorry da. Na gut, dann hoff ich mich nicht. wir mal ja wo ist drei jetzt acht stück ja 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 jetzt darfst du mach mal rot aussetzer geil und jetzt macht die vier und die farbe genau ist das schlecht danke leute schnelle runde sieg man leute sieg abgefertigt alter schwede aber auch ein geiler blatt gewesen muss man